Willkommen zu einer neuen Runde. ARC Survival Evolved von Studio Wildcard DLC Extinction. Das haben wir letzte Runde gebaut. Sieht schon richtig gut aus. Fehlt nur leider hier in der Mitte noch der Steg. Das Gewächshausdach. Das werden wir so schnell auch leider nicht hinbekommen. Das wächst schon. Hä? Treibhauseffekt 300%. Wir brauchen kein Dach. Die Wände selber, das zählt alles schon mit. Das Einzige, was wir brauchen... Wasser? Durch was ist das bewässert? Hallo? Nicht bewässert. Kann ja auch nicht. Ach, das reicht von da unten bis hier hoch. Nicht bewässert. Bewässert. Hey. Die Großen sind automatisch mit Wasser gefüllt? Oder hat das gerechnet beim Nichtbewässert? Null. Hier muss es irgendwo mal gerechnet haben. Keine Ahnung. Ich wollte einfach nur hier oben noch draufhauen und durchzimmern, weißt du? Ähm. Wie war denn das? V? Herstellung. Genau. Hießen die Stein? Steinrohr vertikal. Was brauchen wir dafür? Nur Stein. Steinrohr schräg will ich nicht. Ansaugrohr wollen wir auch nicht. Gerade am besten. Und das Töpfchen dazu. Stein. Haben wir hier. F? Nein. Daneben. Haben wir hier. Haben wir noch ein paar. Was brauchst du? Noch Holz dazu. Den habe ich ja richtig eingetatscht. Keine Ahnung, was das soll. Aber mit Holz. Warte mal, wir gehen mal lieber raus. Ja. Mal gucken uns das von außen an. Ob das hier auch so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sieben. I. Die müssen das natürlich jetzt auch ersetzen. Ansonsten baue ich nur. 6 und 8 kannst du auch mal bauen. Dass wir die hier auch gleich draufsetzen. Wenn wir so einzeln nachbauen wollen, brauchen wir die nur wieder eindrücken. Weißt du, das geht jetzt einfach so hier raus? Das ist natürlich... So habe ich mir das hier gewünscht. Dass das so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Ja, genau so. Und jetzt müssen wir oben rein, denn wir brauchen jetzt... Die Schräge, die oben rein geht. Ah, das ist ja eigentlich auch immer noch hier. Das machen wir gleich. Das mache ich nicht im Off. So, 6. Die geht da lang. Kriegen wir die nicht hier rum? Ja, wobei, da steht es auch nicht. Wie kriechen die hier rein? Wenn die von so? Nö. Gingen die nicht mal durch? Könnte ich so dran machen? Könnte man die nicht mal durchzimmern? 8? Ja. Ich brauche... Stroh und Fasern. Jawohl, ich bin schon unterwegs. Aber... Ach man, das passiert automatisch, wenn man... Abbruch. Stroh und Fasern. Ach, da müssen wir ja auch noch warten, bis wir das reparieren dürfen. Was ist denn da? 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 Wendeltreppe... E... Abreisen. Ich kriege noch Macke mit dem Ding. So... I... Ne... V... Bitteschön. Treppe... Steintreppe... Hammer... Alles einstecken, bis auf Strom... Fasern, Strom... Nimm es decken mit. Hersteintreppe... Steintreppe... 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 Genau, Steintreppe... Inventor... Tür hin... So, 8. Und jetzt gucken wir, dass wir da oben eingermaßen gescheit rauskommen. Hä? Kann man die nicht hier oben... Oh, kannst du nicht oben einsetzen? So war das in der ersten Runde, ne? Können wir das Ganze jetzt genau hier hin? Oh. Ist es das? Ist es das wirklich? Jippie! Juhu! Oh, endlich! So, was wollte ich jetzt hier oben weitermachen? Achso, ich wollte das reparieren. Kein Ding zum hinzuführen, das ist richtig. Das will ich ja nicht. Ich will nur reparieren. So, das ist bewässert. 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 Nicht bewässert. Das heißt, wir bräuchten das hier hinten auch nochmal so. Ja, was cool ist, dass das auch bewässert ist. Am liebsten würde ich es ja jetzt... Ach, wir bräuchten ja dann so eine Kreuzung, ne? Wie weit gehst du mit so einer Sechse? Bis dahin. Und dann könnte man so eine Kreuzung reinzimmern. Dann können wir hier genau durch. Ähm... V... Rohr... Ich krieg gleich ein Rohr. Deutschstäbend... Inventar. So eine Kreuzung. Acht. Oh, die geht. War dann weiter auslacken. Aber... Sie geht hier rein. Und damit können wir das bis hinterlegen, weißt du? Noch eine. Die Pflanzen wachsen dann drumherum. Das ist ja kein Problem. Das ist ja in real life genauso. Das stört die ja nicht. So. Dann könnte man hier oben wieder so eine Kreuzung bauen. Vielleicht hätte ich sie vorbauen sollen. Nö, 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 nö. Passt. Das sieht gar nicht mal... So doof aus. Könnte man die Töpfchen nicht später sogar noch draufsetzen? Töpfchen, das klingt auch albern. Ähm... Jetzt müsste ich ja... Hm. Nochmal so eine Sechse. Eigentlich brauchen wir es ja nicht rumzern. Wie sieht denn das aus mit den beiden? Jetzt hab ich keinen Stein mehr einstecken oder was? Och, Menno. Ihr könnt mir aber heute mal echt... Ja, gar nix. Lalalalalala... Ja, wenn wir die Steintreppe umgeballt haben. Ist ja richtig. So, dahin. Stein. Die Fackel brennt noch, die auch noch. Ja, schön. So, wir brauchen hier unten schon wieder trinken. Hast du jetzt? Nö, hast du nicht. Wieso nicht? Kannst du nicht mehr jetzt... Weil oben der Zugang verlegt ist? So. Ach, schön, Schneeke. Jetzt probieren wir das mal mit der Achte. Naja, aber das ist auch nicht so wild, ne? Jetzt nochmal die 6. Hier hin. Kriegen wir so eine 6 auch hier mit rein? Ne, ne? Ne, da hätte ich hier... Statt dem Ding... Statt dem Ding... Hätte ich hier so eine Kreuzung bauen müssen, ne? Dann lassen wir das. Genau. Nimm mal wieder weg. Und jetzt gucken wir mal... V. Jetzt machen wir wieder so ein Töpfchen. Das mal die hier. Herstellung. Genau. Stein. Das mal den hier wieder da drauf. Raus hier. Acht. Inventar. Inventar. Raus hier. Acht. Inventar. Nicht, dass ich hier noch mehr davon baue. So viele brauchen wir nun auch wieder nicht. Und wenn wir den hier hinsetzen würden, würde der alles mit bewässern, ne? Ach, das geht nur dort. Von hier aus könnte man sogar gleich mit trinken. Ist bewässert. Ist bewässert. Ist bewässert. Ist bewässert. Und da wachsen sie auch gleich. Ist bewässert. Jawohl. Bewässert. 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 Ja, jetzt kann alles wachsen. Es wächst auch schon sehr schön. Es sieht sehr gut aus. Also... Muss ich sagen, wir brauchen hier oben nichts. Es darf ziehen. Wow. Das... Wow. Schniegel. Haben die das aussehen geändert? Kartoffelsaat. Hatten wir schon mal eine Kartoffeln gebaut? Ich glaube nicht, ne? Oh. Krass. Gut, dann machen wir hier Tür zu, damit es nicht so... Aha. Zieht. Aha. Ja. Schwacke. Was brauchen wir noch hier oben? Eigentlich... Wollten wir ja noch ein Planschbecken bauen. Haben wir das überhaupt schon gelernt? Um Wasserreservoir? Was? Wir haben sehr wenig insgesamt gelernt, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Du hast 2000 Punkte. Naja, weil ich nur das in der letzten Zeit genommen habe, was wir wirklich brauchen. Karbosattel? Nein. Holzkäfig? Nein. Wuttenwurten? Nein. Grabsteine? Nein. Strickleiter? Nein. Zustellbeheter? Ja. Flexibel? Da zeigst du mir, dass du eine Steinirrigation... Stoneirrigation-Pipe flexibel biegst. Ah, die kannst du flexibel verlegen, ne? Ja. Bieg mal so ein Steinrohr, bitteschön. Dankeschön. Nein. Holzschild? Nein. Schirren? Nein. Fallschirm? Oh. Ja, gern, aber nein. Stone stairs. Oh. Steintreppe? So eine kleine? Oh, ja. Das ist alles aus der Plusmod, ne? So. Feuerstelle? Nein. Nein. Schwert? Oh, ja. Alle... nur weil cool aussieht? Äh. Hm. Bierfalls? Ja, gerne mehr. Äh. Metallwasserspeicher? nö Stein Trabstein nö, 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 nö Steinwasserrohr, Vertikal nein, Stein doch, nein Auf Operation, nein, mit Stein heißt es nicht, dann ist es Wasser Alter Schwede, das war ein schöner Leck Wasserreservoir Sieht aber nicht nach Blenschbecken aus Zement, oh Fünf Stück, haben wir doch nicht mehr Komm, lernen wir trotzdem Wir gucken nach Zement Ob wir noch die fünf haben Hat man nicht neun Jawohl Herstellung Wasser Reservoir Gib, gib, gib Könnten wir in der Mitte stellen? Boah, das lag, was ist denn heute lauten? Ja, komm, wieder Update Windows Update Kein Ein Röstpunkt Achso Das kann ich nur auf schön verlegte Ruhe stellen Aufverlegte Ruhe Unten drunter kann ich es nicht Das ist schade Die kriegen wir leider nicht in die richtige Höhe Mist Dann haben wir unser Plenschbecken hier unten Oder weht Ach Quatsch Hier draußen geht Weil Hier rutscht das nur mit rein Weil du die Snappunkte unten brauchst Würde hier gut aussehen Wir machen es mal Ach, ich dachte das ist ein richtiger Brunnen E-Inventar öffnen Dann kannst du hier das Zeug reinschmeißen Wenn du das in der Mitte da oben setzt Ist wahrscheinlich rundherum alles bewässert, oder? Ja Halten für mehr Optionen Abreisen Nee Lass mal so stehen Wir haben ein Wasserreservoir Ich dachte das wäre schon ein kleiner Brunnen Wo man reinspringen kann Mist Dann können wir leider nur noch Hier oben Durch Hier Ja, so Davor stehen Schettel reinhalten Trinken Jawohl So, wie sieht es aus? Narkobär Setzling Was sagst du hier? Jungpflanze Jawohl Das sieht man Und hier auch Jungpflanze Das wird noch eine Weile dauern Bis das groß wird Richtig Die ganze Tür wieder zu Zahn Ohne dir vor den Schettel zu hauen Ich brauche Pflaster Der zweite will auch dazwischen Ja, ist gut Ja Ja, ja Ah Bam 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 Wieso hast du schon wieder Level Oho 3000 Leben Oho 3300 Oho Das ist Nee, warte mal Wenn wir da draußen anfangen Wollen sie bauen Dann werden wir aber mal ganz fix Hier Fasern hat man nicht Oder? Äh, nö Einer hat man ja offiziell Hier unten drauf liegen So, das haben wir So, das haben wir Inventar Fast so weit leer Anbauen mit dem einmal drehen Anbauen mit dem einmal drehen Und dann weiter bauen Jawoll Das könnte ein Schuh werden Das heißt wir nehmen hier Jetzt mal Kriege ich Warte mal Alle raus Wie sieht's aus? Ja, besser Inventar Pack mal dahin Und Wir fangen hier mal Was stöhnst denn du schon wieder? Ach ja, die ist so schwer Genau Jo, jo, jo Dann fangen wir hier mal mit dem Stall an Nö, schon gerade, genau So Wie weit wollen wir denn? Jans, ne? Jans zu klastern Mep Stehe ich mitten drin? Schniegel So Hier vor Wusste ich noch nicht ganz Wir haben jetzt erst mal Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Können wir erst mal so lassen Und hier weitermachen Muss ja mal vom Anfang vor stehen, ne? Weil so Zehn einfach so in der Breite Oh, oh, oh Fützt Aber auch das war relativ zügig Geformt Hat mich selber erstaunt Wie schön das ging mit den ganzen Pads Das hab ich Parallel mit zu den Wänden gemacht Ja, das dauert schon ein bisschen, ne? Ganz so runterreden möchte ich's nicht, aber Ich hab auch nicht Tage gebraucht wie vorher Ja Wenn du den richtigen Dinos dafür hast Ja, jetzt haben wir die ganzen Tiere draußen, ne? Aber so haben wir Schickes Gewächshaus Schicke Blümchen Oh, so steh ich mittendrin Ich bedanke mich fürs Reinschauen Vorbeischauen Zuschauen Dankeschön Wenn's euch gefallen hat Sehen wir uns in der nächsten Runde wieder Zu Ark Survivor Evolved Von Studio Whitecard DLC Extinction Bis dahin Auf Wiedersehen Und Schizikowski